Hallo meine Lieben, heute würde ich euch gerne mal mitnehmen und zwar zum Einkaufen und Kinder abholen und Kinder mitnehmen und ja, wie so mein Alltag halt ist. Eine schläft schon, die war heute nicht im Kindergarten, denn es ging ihr nicht so gut, aber ich glaube jetzt geht sie ihr gut, weil sie hat ungefähr 100 Jahre geschlafen. Ich zeige euch die mal. Wer findet sie? Wo ist das Kind? Also da ist Wäsche, da ist eine Kausch, da ist ein PC und sie ist sie da. Da ist sie. Wir versuchen sie mal zu wecken. Ich sehe Schatz. Schatzi. Mein Schatz. Ja, also das hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt. Auf jeden Fall muss ich sie trotzdem wecken, denn ich muss meine Große jetzt abholen und die Kleine schläft auch, die packe ich jetzt auch ein und ja, manche werden sich fragen, warum schläft dein Kind auf dem Boden? Aber irgendwie mag sie es, auf ganz Harten zu schlafen. Der Papa auch. Halt türkische Gene, ne? Ja, irgendwie, wenn es natürlich, ja, mir tut es ja nicht weh und wenn sie es mag, dann soll sie das ruhig machen. Ähm, wie findet ihr meine neuen Wimpern? Das ist das erste Mal, dass ich so ründliche Wimpern dran habe. Ich muss mich dran gewöhnen, weil ich normalerweise immer so in die Länge gezogene dran habe, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Also für den Alltag ist das nicht so dieses, äh, sexy Eyes, sondern so dieses, äh, eher, ja, runtergeschminkte Augenwirken jugendlicher, beziehungsweise nicht so aufdringlich. Und abends dann so, tags so. Ja, jetzt, ähm, würde ich mal sagen, ich muss alles zusammenpacken und ich glaube, wieder eine neue Speicherkarte kaufen. Denn ich bin so schlimm und habe wieder eine verschlankt. Ja, auf jeden Fall, ähm, Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Na, jetzt wecken wir noch die anderen. Was machen wir jetzt? Ja, wir wecken ein paar Kinder. Sieht fast so wenig aus, wie war ein bisschen wofür. Schmeckt sie, mein Schatz? Ja. Richtig lecker. Ichi? Geht sie gut, mein Schatz? Ja. Super. Mimi? Du siehst, ähm... Willst du dich setzen, mein Schatz? Nein? Ja, dann isch, mein Schatz. Soll ich dir nochmal geben? Hier. Warte. Ja, zeig mal deinen Einkauf. Musst du mal zeigen. Boah, siehst du glücklich aus, mein lieber Mann. Nur, weil du ihn jetzt nicht drauf machen kannst. Nein. Zicke. Baby Salin. Oh. Salin. Ah, was habe ich eingekauft? Was ganz, ganz Cooles habe ich eingekauft. Und zwar gibt es jetzt bei Kiko Hidschatten. Und zwar matte. Die fast die gleichen, die ich jetzt bei Mac gekauft habe. So Einzelteile. Nur schade ist, dass die so riesig sind. Ich bin schon gespannt. Ist natürlich vom Preis her nicht zu vergleichen mit Mac. So wahrscheinlich viel mehr, Leute, erschwinglich, als die ganz, ganz teuren Mac-Sachen. Chillt das Baby bisher. Baby! Atela, du siehst sehr amüsiert aus. Super. Nein, ihr habt vorher angefangen. Super. Die passen nicht so. Ja, jetzt seh mal richtig an. Dann gucke ich, ob die passen. Hallo, mein Schatz. Oje, Kuschel mit dem Fußboden. Na, lecker. Hallo, mein Schatz. Erzähl, Schatz, was willst du jetzt machen? Einen Spielzeug kaufen. Ehrlich? Ja. Schon wieder? Aber haben wir nicht Millionen Spielzeuge zu Hause? Nicht Geld im Mund? Ja, haben wir. Ja, Millionen, Tausend. Aber du bist damit nicht so glücklich und willst noch eins, ja? Ja, aber bin noch glücklich. Okay. Okay. Baby, es ist Ali. Super. Du hast dich da auch, mein Schatz. Ja, Mama macht das weg. Mh, und esen. Ich darf probieren? Ja. Papa darf auch. Papa darf auch probieren? Ja. Okay. Guten Appetit, mein Schatz. Baby Salin. Was machst du? Räumst du alles mal wieder aus? So, was macht das Baby? Da ist das Baby weg. Da ist das Baby weg. Da ist das Baby wieder. Oh, Baby weg. Baby wieder da. Baby weg. Baby wieder da. Baby, aber kannst du keinen schöneren Lappen nehmen, mein Schatz? Nimmst du den hässlichsten Lappen, die wir zu Hause haben? Salin? Nein? Dann nimmt dir alles gleich auf den Boden. Salin? Sag Tschüss. Wir wollen jetzt was essen. Tschüss. Wir wollen jetzt was essen. Sag Tschüss. Tschüss. Wollen wir was essen? Abendessen? Tschüss. Und dann geht Baby Salin baden. Gib Baby Salin dann baden. Erstmal machen wir Tschüss und dann gehen wir baden. Darf ich baden? Äh, gleich. Erstmal essen. Eigentlich im Esszimmer essen, hm? Hast du schon eins gegessen? Nein. Wo ist das? Und das andere? Hat das ein Schild, ja? Ja. Und hast du schon probiert? Nein. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Dann probier mal jetzt. Ja. Ich will auch mal was drauf machen. Okay. Hier, bitteschön. Abendessen. Guck mal. Das hat es an meiner Nummer. Ja. Mach mehr. Ja. Da? Da ist die Isel. Ich bin das. Du bist das? Ja. Du bist aber wunderschön, mein Schatz. Boah, super. Danke schön. Mama? Ja? Äh, wie kann ich das wegmachen? Äh, wie wäre es, wenn du dir einen Stuhl holst? Nein. Nein, setz dich bitte hin, Mäusche. Nein, ich habe noch drei. Da ist noch Milch dazu. Baby, Schalli, das geht auch ohne Schreien. Willst du da rein, Dickes? Mama, ich bin da rein. Ja, dann lassen wir dich auch rein. Zack. Mama? Super, Baby. Ein vorbildliches Kind. Super. Super, super, super. Selin, setz dich bitte. Setz dich. Selin, Selin, das ist heiße Milch. Gehen wir gleich baden? Ja. Super. Nein. Piep, 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 piep. Nein, nein, nein. Nein? Warum nicht? Da, Baby will auch. Guck mal. Piep, 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 piep. Wir haben es allen lieb. Guten Appetit. Yeeeey. Selin, das macht man nicht. Und den Teller hinterher, ne? Das war klar. Guck. Jetzt kann man noch gewicht sind. Ach so, mein Schatz. Gib mir schlafen. Schlafen, das Baby. Oh. Was macht die Kamera? Macht die Geräusche? Jetzt werden die Pinsel gewaschen. Und. Selin. Schatzi, warum schläfst du nicht? Warum schläfst du nicht? Hä? Du sollst doch schon längst schlafen, Kind. Ach, piep, piep, piep. Ohne Mama geht es nicht, ne? Du siehst wahrscheinlich dein Bett gar nicht, ne? Gute Nacht. Tschüss. Wie machen wir das? Sag tschüss. Baby, tschüss. Tschüss. Super. Ich hab nur, wer. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Tschüss. Vielen Dank.